... Hander Hanek, bitte nicht in den Bauschauer zurück! Bauschauer bitte zurücktreten! Resultat von Nummer 22, Ludwig Neumeyer, Westdeutschland, 2'30,5 min. Nummer 22, 2'30 min. Nummer 22, 2'30,5 min. Nummer 22, du hast den Preis mit 30,5 min. 2 Minuten 20 für Eberhard Riedl, der jetzt erscheint und Aussicht auf eine Spitzenzeit hat. 2.26, 27, 2.28. Und ich habe zu korrigieren hier die Zeit, die uns bekannt gegeben wurde für Bruno Alberti. Sie ist nicht 2.28.1, sondern 2.28.7. Die Bestzeit hält also momentan Hans-Peter Lahnig mit 2.28.5. Temps korrigiert für Alberti, 2.28.7 und nicht 1.10. Nummer 7, 2.28.7 instead of 2.28.1. Neue Bestzeit von Nummer 23, Eberhard Riedl, Ostdeutschland, 2.28.1.